Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Sie würden sich was Nettes an... Alarm! Entertruppen unterwegs! Wie läuft's bei euch, Malta? Bereithalten! Die sind eingeklinkt! Gut zielen und auf Gegenfeuer achten! Die sind in Standardformation! Die kleinen Bastarde vorn, die großen hinten! Viel Glück, Cairo! Feuer auf dieses Schott! Sobald diese Tür aufgeht, zeig Zine! Oh, oh, was auf mir ist es! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Feuer siegt auf Zeit! Oh, oh! Das war's für heute. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Malta, wie ist ihr Status? Kommen. Ich glaube es nicht. Die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Hey, ich habe einen erwischt. An alle. Hohle dich auf, Rai. Hey, ich habe einen erwischt. Ich bin nur ein kleiner Fall. Alarm. Beide getrunkenen Markforken-Restweiger. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Die Allianz muss was zurückgelassen. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Oh! Die Allianz muss was zurückgelassen. Na los, Chief. Hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am. Wir sind am Ball. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen an die Zimkapsle. Danke, Chief. Ich schulde Ihnen was. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturnträger. Jetzt wird's laut. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturnträger. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knapsen Sie sich den Zweiten vor. Von mir dran, folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malte in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Ich bin wirklich ein Wunder, ihn vom Petra hier. All right. Ich muss in Ihren Kopf. Jetzt. Wie viel Zeit hatten wir noch? Fragen Sie mich lieber nicht. Kairo, hier ist die in Ember Glad. Transporter-Schild ausgefallen. Bin in Position. Bereit für sofortigen Angriff. Negativ, Commander. Nicht bei einem Schiff dieser Größe. Und nicht allein. Sir, erlauben ist, die Position zu verlassen. Zu welchem Zweck, Master Chief? Um der Allianz die Bombe zurückzunehmen.